Moin Lode, hier ist der Phil mit einem weiteren Madison Newsletter of the Week. Diese Woche stelle ich euch weiteres von Calibre vor. Ja, Calibre kennt ihr bereits. Dieses Jahr 2015 mit der Wild Africa Serie rausgekommen. Wie ihr hier seht, die bekannten Shapes. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Einfach in einem neuen Design. Was Neues daran ist hier dieses schöne Deck. Twintip nennt sich Elephant. Gut zum Dancen. Trägt Bereitschaft durch gewetze Nose und Tail. Auf jeden Fall gut was zu haben. Ja, besticht dieses Mal auch wieder durch sehr schönes Design und auf jeden Fall was für jedermann. Das Schöne daran ist, wir werden 1 Euro pro verkauften Board an den Krüger Nationalpark in Südafrika spenden, um Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Ja, das war's von mir diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Euer Phil. Das Schöne daran ist, dass ich bis zum nächsten Mal in Südafrika bis zum nächsten Mal in Südafrika Untertitelung des ZDF, 2020